Musik Als mein heutiger Gast auf dem Zenit seiner musikalischen Karriere stand, brach er alle Zelte ab und fragte sich, was eigentlich ist das gute Leben? Er machte sich auf, nach Indien in deutsche Meditationszentren in sein Inneres, um herauszufinden, wonach er eigentlich sucht. Unterwegs hat er sich dem Buddhismus zugewandt, ist Yoga-Lehrer, systemischer Coach sowie Bestseller-Autor geworden. Schliesslich hat er gar zur Musik zurückgefunden. Wie hört man auf? Beginnt man neu und wie hilft da der Buddhismus? Das will ich von Michael Kurt, besser bekannt als Rapper Kurs wissen. Herzlich willkommen, Michael. Danke schön, danke schön. Ich würde, wenn es in Ordnung ist, dir gleich am Anfang das Mike anbieten. Eigentlich alle Freunde und Verwandten sagen eigentlich Mike zu mir. Michael, so klingt es offiziell, wenn es okay für dich ist. Alles klar, dann biete ich dir das Olivier an. Super, nehme ich an. Mike, eigentlich sagt man ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das hast du anders gemacht. 2010 hast du nach insgesamt sieben Alben und über zehn Jahren in der Musikbranche dein Rap-Tum quasi zurückgelegt. Da hast du dich aufgemacht. Du warst damals sehr erfolgreich. Du hast deinen Traum gelegt, hast du mal gesagt. Und gleichzeitig bist du psychisch an einem Tiefpunkt angelangt. Was hat dich an deinem Leben so unglücklich gemacht? Oh, wenn ich das so einfach an einem Punkt, in einem Satz sagen könnte, das wäre ganz wundervoll. Ich glaube, es war so schwierig, weil es eben so tricky war. Weil es eben nicht so war, okay, es gibt eine Sache, die stört mich, gut, die kann man ändern. Sondern mein Problem oder die Sache, die mich so beschäftigt hat, war, dass ich auf der einen Seite eben, wie du eben gesagt hast, gedacht habe, ich lebe meinen Traum. Ich mache das, was ich immer will, was ich immer wollte. Ich mache Musik und ich bin auf Bühnen und das ist doch eigentlich das, was mich... Seit du zehn warst, wolltest du Rapper werden, muss man sagen. Das war mein Traum. Das wollte ich machen mit meinem Leben. Und dann denkt man ja, wenn ich das erreiche, das ist es ja, dann bin ich happy. Und deswegen jagen wir alle ja solchen Sachen so viel hinterher. So diesem großen Ziel oder diesem Wunsch oder diesem Traum. Bei mir hat es dann funktioniert. Und ich habe gemerkt, ja, super, aber es gibt eben andere Aspekte in meinem Leben, die total auf der Strecke bleiben, die ich vernachlässigt habe. Und die ich immer wieder zur Seite gedrückt habe, quasi, um eben Erfolg zu haben und um Sachen zu machen. Was wäre das? Heute gibt es, sagt man so schön, Selfcare. Nämlich, was brauche ich eigentlich noch? Also was ist das Einzige, was mir im Leben wichtig ist? Irgendwie Kunst machen, erfolgreich sein oder halt irgendwie gar nicht so sehr Erfolg, sondern halt irgendwie auch das darzustellen. Also cursed zu sein und immer damit identifiziert zu werden. Und dann kamen viele Sachen zusammen und es hat sehr lange gedauert für mich, das zu checken, weil sich das mir erst gar nicht so erschlossen hat. Ich wusste gar nicht, was eigentlich zur Hölle das Problem sein soll. Und das finde ich ganz interessant, weil du hast dann ja auch deine Beziehung, eine langjährige Beziehung beendet. Und du bist aus deiner Wohnung, einer großen Wohnung, ein Penthouse, liest man ausgezogen. Da wird die 120 Quadratmeter Wohnung in Köln, was natürlich ganz toll ist, wird so ein Penthouse in New York. Genau. Und dann bist du nach Indien in ein Ashram gegangen. Und genau dieser Punkt finde ich interessant. Also gab es irgendwann den Punkt für dich, an dem du gemerkt hast, das Problem löse ich nur noch in mir selber. Das liegt nicht mehr im Außen. Den gab es, aber den musste ich mir hart erarbeiten, diesen Punkt. Also es war nicht so, dass ich gesagt, dass ich irgendwann morgens aufgewacht bin und gesagt habe, so, jetzt mache ich Cut und jetzt gehe ich in den Ashram oder so. Sondern es war ein Prozess, der über Jahre ging. Also ich habe angefangen, ich habe zweimal angefangen, eine Therapie zu machen. Ich habe leider das Pech gehabt, dass das nicht harmoniert hat mit Psychotherapie zu machen. Und mein Leidensdruck hat sich immer weiter erhöht und es ging wirklich über Jahre. Dann habe ich versucht, in meinem Business alles umzustrukturieren. Habe mich aus allen Strukturen gelöst, habe alte Verträge, wollte ich neu verhandeln und so weiter. Dann eben auch die Beziehungssache. Habe irgendwie klar Schiff gemacht in der Beziehung und dann kam es zur Trennung. Und all diese Dinge, all diese Dinge habe ich gemacht, weil ich ultimativ immer noch Schiss hatte, an den absoluten Kern zu gehen. Und auf mich selber zu schauen. Ich habe immer noch gedacht, okay, ich muss die Businessstruktur ändern. Ich muss die familiäre Beziehungsstruktur ändern. Ich muss die Wohnsituation ändern. Da, 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 so. Und irgendwann, als das dann alles weg war, habe ich gemerkt, ey, ich bin immer noch hier. Und es ist immer noch da. Okay, und dann konnte ich nicht anders. Und dann musste ich mir das irgendwie anschauen. Und kurz den Bogen zu Indien. Das war eigentlich eher ein Zufall. Ich wollte gar nicht in Ashram, ich wollte gar nicht nach Indien. Ich wollte, ich habe noch mal eine Therapie gemacht und bin dann von Hölzchen auf Stöckchen. Und irgendwann saß ich da in Indien und in Retrospekt klingt das so romantisch, ne? Aber in dem Fall, ich bin so reingestolpert, so. Also es war nicht explizit das, was du gesucht hast. Du hast das einfach mal trial and error gemacht. Ja. Wir haben einen Ausschnitt dabei, vom Anfang deiner Karriere. Da wurdest du im Schweizer Fernsehen gefragt, ob du optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft schaust. Schauen wir kurz rein. Ich bin eigentlich kein Pessimist, so. Ich bin eigentlich Realist. Und ich habe eine Zeit lang in meinem Leben mal gedacht, ey, Junge, was machst du eigentlich? Wo geht es eigentlich mit dir hin? Aber mittlerweile, ich habe ja Glück, es gibt dir das Album jetzt, was es ab Montag oder Dienstag in den Läden gibt. Und vielleicht interessiert es ja 5, 6 Leute und vielleicht geht ja was so. Also ich denke mir mal, dass ich auf jeden Fall zur Zeit eine gewisse Zukunft vor mir sehe. Also ich sehe auf jeden Fall was, weil ich, ich, die Sache ist, ich habe zwar nachdenkliche Songs, aber wenn du dir das mal anhörst, auf jedem Song, der auch pessimistisch oder nachdenklich ist, ist irgendwo eine Auflösung drin. Ist es irgendwo ein Schlusssatz oder ein Fazit oder sowas, was immer positiv ist, so. Weil das Leben geht halt weiter so. Und auch wenn viel Scheiße passiert, so. Das Leben geht immer weiter und man kann sich nicht jetzt mit der Scheiße aufhalten und sagen, ah, und sich davon richtig runterziehen lassen, sondern man muss sagen, okay, daraus lerne ich jetzt und ich mache jetzt mein eigenes Ding so und ich mache jetzt weiter und versuche, in Zukunft das besser zu machen oder so. Du hast gerade gesagt, unglaublich, hast du nie mehr gesehen, nehme ich an. Nein, das ist so weird, mich selber reden zu hören als ein 20-Jähriger oder so. Also eben, das ist 20 Jahre her, muss man dazu sagen. Ja, 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 wahrscheinlich. Oder ja, 2001 war das wahrscheinlich. Wie geht es dir damit? Was, 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 was kannst du, kannst du noch relaten, wie man sagt, mit dem, was du da gesagt hast? Ja, was ich in Essenz gesagt habe, finde ich ganz hervorragend. Ja, es geht immer weiter und irgendwie, ne, man kann sich nicht nur auf das Schlechte fokussieren, ganz, ganz wundervoll, ganz toll, Kalenderspruch abgehakt, so. Aber, ja, ich habe jetzt, ich muss ehrlich zugeben, ich habe gar nicht auf den Inhalt so sehr geachtet, sondern ich habe mich da selber gesehen und habe mir gedacht, boah, Wahnsinn, was geht denn da ab? Und ich habe tatsächlich an meinen Sohn gedacht, ich habe gedacht, das möchte ich ihm zeigen, dass der irgendwie sieht, ich, weißt du, dass der irgendwie, also, dass der mich mal so sieht, ey, Wahnsinn. Ich habe es zuvor schon gesagt, du wolltest ja mit zehn Rapper werden und das ist ja das Spannende, gerade mit dem, was wir jetzt auch gehört haben, du bist da irgendwie doch auch zuversichtlich, wenn auch reichlich pragmatisch. Und dann hast du so diese Phase, von der du sprichst, die seit schon ziemlich vielen Jahren, hat die dann angedauert, in der du irgendwie gemerkt hast, irgendwie lebe ich diesen Traum und ich fühle mich aber trotzdem nicht glücklich und dann hast du abgebrochen. Und ich frage mich, wusstest du eigentlich, wonach du suchst? Hattest du eine Vision? Auch zu der Zeit gab es immer wieder Interviews, in denen ich gefragt wurde, wo siehst du dich in zehn Jahren? Oder in 15. Meine Antwort war immer die gleiche, ich habe immer gesagt, glücklich. Das ist etwas undefiniert, ne? Ja, genau. Aber ich hatte halt so eine Art, also ich hatte so die Fantasie, dass ich mein Leben so leben werde in den nächsten zehn, 15 Jahren, dass ich sagen kann, ich bin zufrieden, ich bin glücklich, ich bin ausgeglichen und so weiter. Und es hat sich in die andere Richtung entwickelt. Ich bin weniger ausgeglichen, weniger glücklich, weniger zufrieden und so weiter. Mehr im Konflikt mit mir selbst und der Außenwelt gewesen, je länger diese Zeit vorangeschritten ist. Und das ist das, was ich dann, glaube ich, weiterhin auch gesucht habe. Heute würde ich jetzt nicht mehr sagen, glücklich sein oder sowas. Was würdest du denn heute sagen? Gar nichts. Ich such gar nichts. Du suchst gar nichts? Nee. Würdest du sagen, es gibt ja nichts? Ich wäre gerne glücklich, aber für mich ist jetzt glücklich sein... Aber nicht das Ziel so? Nee, und für mich ist glücklich sein auch kein... Ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass glücklich sein als permanenter Zustand sowieso in unserem menschlichen Leben überhaupt nicht funktioniert. Gibt's nicht. Ja, also es geht nicht so. Deswegen, anstatt den ganzen Tag nur am Strand zu liegen und Margaritas zu trinken, und das macht auch unglücklich, dann ist auch vorbei. Also ich möchte nicht konstant glücklich sein, sondern ich möchte mit dem Glück oder dem Nicht-Glück des Lebens mit mehr Entspannung und mehr Freude fliessen können. Das glaube ich. Es gibt ja auch diesen Spruch, das Ziel ist im Weg und das kommt mir in den Sinn, wenn ich deinen... Ziel ist im Weg? Ja, genau. War schön. Weil du dieses Ziel hattest, Trapper zu werden, erfolgreich zu werden. Aber das war offenbar gar nicht... Damit bist du nicht angekommen, weil damit bist du unglücklich geworden. Aber würdest du denn sagen, dass du nicht auch in dem Moment, wo du diese Entscheidung getroffen hast, du hast auch so ein bisschen gesagt, du hast zuerst alles rundherum justiert und so, hattest du nicht unfassbar Angst, auch diese Veränderung zu machen, gerade weil du so lange davon geträumt hast, das zu sein, was du da warst? Ja. Ich hatte große Angst, aber mein Leidensdruck war stärker. Also es gab einfach diese Dinge in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, egal was ich mache, egal wie sehr ich jetzt hier justiere und da justiere, es gibt irgendwie was anderes, wo ich ran muss und wenn ich da nicht rangehe, dann wird mir das, auch wenn ich 70 bin, noch das Leben irgendwie vermasseln. Ich weiß nicht, ob du den Film Inception gesehen hast, in Kurz geht es darum, dass dort jemand, es geht ums Unterbewusstsein und um Träume und es gibt jemanden, der seine Mission, die er eigentlich machen möchte, nie erfüllen kann, weil es Teile in seinem Unterbewusstsein gibt, die ihn immer sabotieren. Und solange er sich nicht da drum kümmert, wird auf den anderen Ebenen, wird es immer wieder zu Konflikten führen und das ist was, was mir in dem Moment halt einfach bewusst geworden ist. Natürlich hatte ich riesen Schiss, aber ich hatte weniger Angst davor, meine Karriere zu verlieren oder mich halt in eine kleine Wohnung gezogen und dann habe ich halt kein teures Auto gemietet, sondern halt ein Gebrauchtsauto gekauft und es geht schon alles so. Ich hatte viel größere Angst vor dem, was mir begegnet, wenn ich hinschaue, wenn ich hinschaue. Also A, wenn ich es nicht tue und auch wenn ich hinschaue, aber beides hat sich da drum gedreht. Das Äußere war dann irgendwann so, ja, ich habe schon Bock irgendwie cool im Urlaub zu fahren, aber es ist nicht das Wichtigste. Aber wie kommt man denn genau an diesen Punkt, weil wenn wir es jetzt herunterbrechen wollen, und du hast trotzdem diesen Entscheid gefällt irgendwann, wenn du einen Ratschlag auf einen Ratschlag runterbrechen müsstest, wie hört man richtig auf? Wenn du mir jetzt fünf bis sieben Sekunden Zeit gibst, ich würde gerne ernsthaft auf die Frage antworten, so gut es mir möglich ist. Ich glaube, man hört gar nicht auf, sondern ich glaube, es ist ein Übergang vielleicht in eine andere Phase, in der andere Dinge wichtig werden oder wichtiger werden und dafür muss man bestimmte Aspekte im Leben vielleicht abschließen oder auf Eis legen oder sagen, ich bin bereit, das zu riskieren, um etwas anderes vielleicht gewinnen zu können. Aber es ist kein, ich habe auch, zum Beispiel habe ich nicht aufgehört mit Musik, ich habe aufgehört, Musik in der Öffentlichkeit darzustellen. Ich habe ja weiter geschrieben, ich habe weiter gerne Musik gehört und so weiter. Aber dich gab es in diesem Sinne nicht mehr als die Kunst, wie wohl Curse für die Öffentlichkeit? Das gab es nicht mehr und das war auch kein Aufhören, sondern das war in diesem Moment ist das nicht Thema, sondern andere Dinge und ich glaube, und vielleicht ist das wirklich auch ein Schlüssel, vielleicht ist ein Schlüssel auch, wenn man sich überlegt, es geht nicht darum, eine schwarz-weiß-Ja-Nein-Entscheidung zu treffen, sondern es geht darum, Prioritäten oder Aufmerksamkeit zu verlagern und andere Wege zu gehen. Und diese Aufmerksamkeitsverlagerung hast du in deinem Leben ja auch so vollzogen, dass du unterwegs eben Meditation entdeckt hast für dich. Du hast auch den tibetischen Buddhismus entdeckt für dich, du warst zuvor Gläubiger Christ, jedenfalls Protestant. Warum glaubst du denn, hast du genau in dieser Tradition etwas gefunden, das du zuvor nicht hattest? Das, was mir die buddhistische Tradition mitgegeben hat oder mitgibt, sind Methoden, Wege und Ansätze, um genau das zu tun, um genau um mich, meinen Geist, meine Emotionen besser kennen zu lernen und mich mit denen anders auseinanderzusetzen. Und aber warum denn im Buddhismus? Weil der Buddhismus bietet dir die entsprechenden Methoden. Ich bin ja auch so ein bisschen Unfalls-Buddhist, ich wollte ja gar nicht Buddhist werden oder so, sondern es war so, dass ich während meiner Therapie Meditation begonnen habe, kennenzulernen, durch meinen Therapeuten damals. Und der hat mich immer gefragt, ja, meditierst du? Und ich sage, jetzt mache ich mal, wenn ich 80 bin, weil da werde ich ja ganz, da sitze ich ja nur noch und gucke die Wand an, ja. Und dann habe ich aber durch diese Methoden etwas entdeckt, was ich vorher nicht kannte. Oder mir wurde sowas in die Hand gegeben, wovon ich vorher eigentlich gar nicht wusste, dass es das gibt. Nämlich eine ganz konkrete Möglichkeit und Methoden, mich selbst zu erforschen, mich selbst zu betrachten, meinen eigenen Geist, meine eigenen Gedanken, Emotionen, Gefühle und inneren Vorgänge zu betrachten. Und auch zu entwürren und dadurch gewisse Einsichten zu bekommen, eine gewisse Ruhe zu bekommen. Und das habe ich so vorher nirgendwo entdeckt. Das ist ganz spannend, was du sagst, weil ich habe hier eine Wasserflasche dabei. Oh ja, mit Glitzer. Genau. Nicht Sand, Glitzer. Ja, es ist Glitzer drin. Und zwar, um zu illustrieren, was man eigentlich der Meditation auch nachsagt. Nämlich eine Klarheit der Gedanken, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Wie hier im Wasser die Partikel schwimmen und bei Stillstand setzen die sich wieder, so wie man sagt, von Gedanken, wenn man genug meditiert. Aber der Witz ist ja, ob es Stillstand ist, einerseits, wichtiger Punkt, genau, aber man kann es ja noch weiter treiben. Man weiß nicht, sind die Gedanken jetzt quasi ruhig oder ist es Stillstand? Also was unterscheidet eigentlich Stillstand von dieser meditativen Ruhe? Also, das ist ja nur, es gibt viele Arten von Meditation. Machen wir nochmal. Und das, was du hier beschreibst, ist eine Art von Meditation. Und das ist die Art von Meditation, mit der du am Anfang beginnst. Und das erkläre ich ganz kurz. Das ist der Geist normalerweise. Und dann kannst du gar nicht durchgucken, nur so. Und du versuchst dich an einem... Aber er glitzert schön. Aber es sieht total schön. Das ist ja der Punkt. Oh, ich habe so viele Gedanken, ich habe so viele Emotionen. Und ich jag dem nach und ich jag dem nach und supergeil. Und oah, 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 ne? So. Und dann, dadurch, dass du den Geist lernst zu beruhigen, die Wasserfrasche abstellst, beruhigt sich das ein bisschen. Das ist das Erste, was passiert ist. Das Erste, was passiert ist, dass du siehst, das sind ja ganz viele einzelne Sachen. Und da sind ja ganz viele. Das heißt, erst mal kommt nicht die Ruhe, sondern erst mal kommt, dass du siehst, was überhaupt los ist. Dass da so viele Gedanken sind. Das allein ist schon ein extrem wichtiger Punkt, dass man überhaupt sieht, wie viele Emotionen, Gedanken, Impulse man eigentlich hat. Punkt eins. Punkt zwei ist, dann setzt es sich ein bisschen ab. In dem Moment trainierst du immer wieder quasi diese Wasserflasche abzusetzen. Und dann, wenn du eben nicht mehr nur in diese ganzen glitzernden Dinger guckst, wenn du da reinguckst, hast du gar keine Zeit oder gar keine, du kannst dir diese Frage, die du gerade gestellt hast, ja, ist das Stillstand oder sind das die Gedanken und wie sehr, was passiert da, wenn du so eine Frage in dieses Chaos reingibst, dann wird die Antwort aus diesem Chaos herauskommen. Wenn du die Frage aber reingibst in etwas weniger Chaos, in etwas ruhigeren Geist, dann kommt die Antwort vielleicht oder die Frage fällt auf einen anderen Boden. Es ist so, wie wenn du das Feld bestellt hast, fällt der Samen in ein fruchtbareres Feld. Und deswegen ist die erste Art von Meditation halt das Beruhigen des Geistes, aber damit fängt es erst an. Gut, aber dann habe ich eine Frage. Und was kommt für Musik aus so einem Geist? Weil das Lustige ist ja, du hast jetzt ein Comeback, dann vier Jahre später hast du ein Comeback, du hast wieder Musik zu machen begonnen und damit stehst du auch in einer gewissen Tradition. Jazz und Buddhismus, das ist quasi eine Liaison, die man da erkennt. Und von Herbie Hancock gibt es den Satz, die religiöse Praxis habe ihn zum Rhythmus des Lebens geführt. Hat sich deine Musik auch verändert durch diese Form des Geistes? Ich glaube, dass meine Musik sich nicht verändert hat. Aber ich glaube, dass meine Art, Musik zu machen, sich verändert hat. Ich habe jetzt keinen Buddhisten-Rap gemacht. So, ja, so. Der Buddha hat gesagt und so, das ist jetzt nicht Thema bei mir. Aber, ähm. Kann ich bezeugen. Aber, was sich verändert hat, ist meine Art, Musik zu machen. Und ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass ich früher meine Musik dafür verantwortlich gemacht habe, mich glücklich zu machen. Und heute mache ich meine Mucke, weil es mir Spaß macht. Aber sie ist nicht dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Das heißt, so, ich mache eigentlich jetzt mit mehr Spaß und mit mehr Freude und mit mehr Entspannung Musik. Also es macht mir mehr Spaß denn je. Ähm. Weil ich gelöster bin, weil ich entspannter und freier damit umgehen kann. Und das ist schön. Weil dann verliere ich auch nicht durch irgendwelche Sachen jetzt irgendwie meinen Bock und jetzt scheiß Musik und dann, sondern ich bin da irgendwie gelöster. Und, ähm, und zum, äh, zusätzlich dazu, hilft mir diese Meditationspraxis auch, ähm, Dinge leichter zu sehen. Also ich habe seitdem nicht mehr so wirklich kreative Krisen. Mhm. So, weil vorher bin ich dann tief reingestürzt, ne, Schreibblockade, monatelang, wow, und ich bin der Letzte und, oh, oh, und, ah, Kopf auf den Tisch geknallt. Und jetzt ist es so, okay, das ist, was es ist, all right. Und die, ähm, es tangiert mich nicht mehr so sehr, schreibe ich halt drei Wochen später und es ist alles einfach nicht mehr so eng. Ein, ähm, quasi ein anderer Effekt, den Meditation ja auch hat oder den Meditation auch anstrebt, nebst diesem, äh, gedanklichen, wobei das natürlich, ähm, auch zusammenhängt, ist diese Auflösung des Selbst. Und bei dir, du machst ja nicht nur, äh, Musik, sondern du podcastest auch, hast Bücher geschrieben und in, äh, in deinen Büchern sowie in deinen Podcasts geht es eben ganz oft ums Selbst. Es geht um Selbstverwirklichung, um Entdeckung, ähm, deines eigenen Weges und was du dieser Welt beitragen kannst. Und ich habe mich da gefragt, wie bringst du eigentlich diese beiden Dinge zusammen? Super, wunderschöne Frage. Total schön. Ähm, wenn man sagt, gibt es ein Selbst ja oder nein, ja, dann ist das eine sehr schwarz-weiße Frage auch wieder. Und es ist eine krasse Definitionssache, weil was meinen wir denn, wenn wir sagen selbst? Und im Buddhismus geht es, glaube ich, eher um das Hinterfragen und Auflösen eines starren, fixierten, unveränderlichen Wesenskernes, ne, der irgendwie einfach so ist, wie er ist und der ist nicht in Frage zu stellen. Sondern es geht darum, glaube ich, zu erkennen, durch die Erfahrung eben in Meditation, dass je genauer du hinschaust, desto weniger kannst du eigentlich greifen im Selbst. Aber dann ziehst du wieder das Mikroskop auf, ne? Und dann ist da ja was, ne? Dann ist ja, das ist genauso wie, natürlich kann ich dir quantenmechanisch jetzt wahrscheinlich, ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber könnte ich wahrscheinlich sagen, da ist eigentlich gar kein Tisch, sondern da sind lauter kleine Atome und Subatome, ne? Aber es ist ja ein Tisch und wenn ich draufhau, tut mir die Hand weh. Und genauso ist es bei mir ja auch. Ich bin ja auch ein Mensch, ich liebe meinen Sohn und meine Frau. Wenn es an der Tür klingelt oder ich habe Pizza bestellt, möchte ich auch aufmachen und die essen, ja? Und deswegen gibt es zwei Ebenen. Es gibt einmal diese Ebene davon, dass ich dieses Konstrukt des Selbst auflösen kann und dadurch sehr viel Freiheit entsteht. Es gibt aber auch die ganz konkrete Ebene, in der ich als Mensch mit dir interagiere und auf der Ebene ist es sehr hilfreich, eher vielleicht in diesen Coaching-Bereich zu gehen und mir bestimmte Tools anzueignen oder bestimmte Erkenntnisse vielleicht zu bekommen oder im psychotherapeutischen Bereich bestimmte Erkenntnisse über mich zu erzielen, um mir meinen Leben für mich und andere Menschen schöner, besser und friedlicher zu gestalten. Die Sachen stehen sich also nicht im Weg, aber es sind schon zwei verschiedene Betrachtungen. Weil du hast ja auch einen Bad Meditators Club gegründet, das ist so ein Online-Workshop und du betonst da immer wieder, dass es da nicht um Esoterik, nicht um Religion geht. Und da frage ich mich einfach, und welche Rolle spielt denn eigentlich der Buddhismus darin? Also die, was ich aber auch sage, ist, dass die Methoden aus dem Buddhismus kommen. Das heißt, die Methoden, die in diesem Bad Meditators Club oder auch in MBSR oder diesen ganzen Mindfulness-Sachen und so weiter, diese Methoden entstammen der buddhistischen Tradition. Genau. Jetzt ist es aber so, dass du diese Methoden praktizieren kannst, ohne den religiösen oder buddhistischen Hintergrund damit einzubeziehen. Weil diese Methoden sind, du musst nicht an die glauben und du musst dafür keinen religiösen Background haben, sondern die funktionieren auf einer ganz mechanischen Ebene mit dem Körper und dem Geist. Das heißt, du kannst diese Methoden praktizieren, losgelöst von der Tradition. Und fast eigentlich alle meiner Lehrerinnen und Lehrer finden das ganz wundervoll, wenn Menschen die Methoden praktizieren und die müssen gar nicht, also Buddhismus ist auch nicht, man geht ja nicht hin und konvertiert irgendwie die Leute, sondern man lässt sie eigentlich meistens in Ruhe. Dalai Lama sagt ja zum Beispiel auch, ey, ich will gar keine neuen Buddhisten so, bleibt mal alle in eurer Tradition. Er spricht auch von einer säkularen Ethik und so, also er vertritt das schon auch. Und das heißt, diese Methoden kannst du praktizieren und kannst du nutzen, ohne den Unterbau. Und dann kommt aber die Sache, wenn du von diesem, ich bin etwas ruhiger, mein Geist ist etwas klarer, wenn du davon weitergehen möchtest und eben schauen willst, okay, was ist es selbst und und so weiter und so fort, dann ist der Punkt, wo die buddhistischen Lehren dann mit reinkommen können. Aber es funktioniert auf den ersten Ebenen auch ohne diesen Unterbau. Ja, da würde ich gerne noch etwas nachfragen, weil das ist etwas, wir sind schon bald am Ende des Gesprächs, aber genau das macht mich auch irgendwie so ein bisschen stutzig und ich spreche da vermutlich auch als Religionswissenschaftlerin, weil ich mir einfach denke, und man sieht es auch genau bei diesen MBS ja Mindfulness Based Stress Reduction, dass es für Manager verwendet wird, um mehr Effizienz zu erzeugen und so weiter. Also es wird da eigentlich eine religiöse Tradition, würde ich jetzt mal sagen, ausgehöhlt und dann werden nur noch diese Elemente, die quasi rational sind, übernommen. Das hat auch seine Geschichte, deshalb gilt der Buddhismus im Westen auch eher als Philosophie, man hat immer das Gefühl, das ist die rationale Religion sozusagen, genau weil man nur einen Fokus darauf hat. Und macht es dir als Buddhist nicht auch Bauchweh zu sehen, dass es eine unglaublich reiche Tradition ist und dass man gerade nur diese Elemente rausnimmt? Ne, es macht mir keinen Bauchweh. Also was mir Bauchweh macht, ist, wenn Menschen denken, ja, wenn ich jetzt Manager ein bisschen in Zen-Meditation machen lasse, dann werden es bessere Manager, weil das ist Bullshit. Das ist, das ist ein Narrativ, das funktioniert so nicht. So funktioniert es nicht. Es ist nicht so, ja jetzt meditiere ich und dann werde ich irgendwie, also das ist so ein bisschen auch so die Meditation in den Dienst eines kapitalistischen Systems stellende, mehr Effizienz und so weiter. Das finde ich tatsächlich, aber gar nicht auch als Buddhist, sondern als Mensch, finde ich das einfach nicht cool. So. Aber Menschen Methoden zu vermitteln, um in ihrem Alltag irgendwie ruhiger zu werden, klarer zu werden, besser mit sich selbst und anderen Menschen umgehen zu können, halte ich für ganz wundervoll und für ein Geschenk der buddhistischen Tradition auch an die Welt. Und ich glaube nicht, dass man ein Requirement dran machen sollte, wenn du meditieren möchtest, wenn du den Geist ein bisschen beruhigen möchtest, musst du vorher erst bei uns im buddhistischen Club unterschreiben, sonst bringen wir dir das nicht bei. Das, glaube ich, ist kein schöner Ansatz. Du beschäftigst dich nebst dem Buddhismus und im Coaching auch ganz stark mit Fragen. Hast jüngst dieses Buch dazu geschrieben, 199 Fragen an dich selbst und du sagst, Fragen seien eigentlich die besseren Antworten. Und trotzdem hast du zugesagt, heute 30 Minuten lang nur Antworten zu geben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ihr habt ja gefragt. Deswegen konnte ich eine Antwort geben. Gut, dann die letzte Frage. Was ist eigentlich die beste Frage? Die beste Frage ist die Frage, die ich mir sehr ehrlich beantworte. Also die ist sehr individuell, heißt das? Die ist sehr individuell und die kann auch an verschiedenen Punkten ganz anders sein. Ja, aber eine sehr gute Frage ist zum Beispiel, warum? Warum? Siehst du? Das ist der Punkt, genau. Weil in dem Moment, wenn ich sage, ich mach bla 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 bla, dann hört es auf. Aber in dem Moment, wo du sagst, warum? Und ich lasse mich darauf ein, kann eine ganz neue Ebene aufgehen. Deswegen ist diese Frage so schön. Gut, wir schließen jetzt mit dieser Ebene. Ich danke dir ganz herzlich, Maik, für dieses Gespräch. Vielen, vielen lieben Dank. Danke für die Einladung. Ja, und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und mehr lesen wollen, dann verlosen wir diese beiden Bücher auf meinem Instagram-Profil und auf unserer Sendungsseite unter der Rubrik mehr zur Sendung. Und jetzt gleich geht es in einem Film um die Erfahrung des Alleinseins und die Frage, an welchen Orten man dem Heiligen begegnet. Nächste Woche beginnt bei uns das Sommerprogramm. Wir zeigen Ihnen eine Blütenlese aus den vergangenen sechs Sendungsmonaten. Und wenn Sie schon alle gesehen haben, gibt es hier Ende August wieder neuen Denkstoff. Genießen Sie Ihren Sommer. Ja, und dann Alter. Ja, und dann hat man das Wort wiedersehen. Ja, und dann ist es hier Ende. Ja, und dann ist es hier Ende. Ja, und dann tue Pläne. Ja, und da haben wir uns das Video gesagt. Ja, und dann sind wir mit dem Film.